Erstmal gucken. Drei. Nein! Super Mario Maker! Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2. One Subscriber Level per Day. Aktuell haben wir nur den Freshie, wann der White Moon wiederkommt. Oder der Dave, keine Ahnung. Jedenfalls, heute geht es weiter mit dem Freshie. Easy P-Balloon Run. Immer mit der Ruhe. Gut, das wird mein erstes Level sein mit dem neuen Element des P-Balloons. Ich habe noch gar keine Erfahrung damit. Das heißt, es könnte wirklich extrem interessant werden. Der Weltrekord liegt bei L.A. Basti. Wollt ihr mir jetzt alle vorher den Weltrekord wegnehmen? Oder wie habt ihr das jetzt so gemacht? Habt ihr das jetzt so vor? Ja? Okay, gut. Dann machen wir das mal so. Ist ja in Ordnung. Die Abschlussrate beträgt 23,47%. 27 erfolgreiche von 115 Versuchen. 41 Leute haben es gespielt. 13 Herzen hat es bekommen. Weltrekord, wie gesagt, bei Basti. Und wenn ihr das Spiel, das Level selber spielen wollt, die Level-ID seht ihr hier entsprechend eingeblendet. Beziehungsweise auf dem Bildschirm. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Ich habe Angst. Easy P-Balloon Run. Ich habe mich noch nie mit dem P-Balloon auseinandergesetzt. Ähm. Okay. Ja, moin. Ja, geil. Wo lang? Oh, nee. Auch noch rote Münzen sammeln? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist der Basti, das in 19 Sekunden geschafft hat. Ja, moin. Erstmal gucken. Drei. Nein. Oh, damn it, damn it, damn it, damn it. Moment. 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 Stopp. Okay, da kommen wir schon mal nicht lang. Okay, hier runter. Auch man die Münzen überhaupt? Alter, ist das fies. Jetzt will ich es wissen. Braucht man die Münzen? Nein, brauchen wir nicht. Hä? Okay. Aber das Ganze jetzt in 19 Sekunden... Ja, 48 Sekunden. Basti, wie hast du das in 19 Sekunden geschafft? Verrätst du mir den Trick? What? Komm, hier gibt es doch irgendwo... Irgendwas, so einen Trick entdeckt, oder? Oh, shit. Wie hat der das in 19 Sekunden gemacht? Never, Basti. Never. In 19 Sekunden? Ernsthaft? So, dann runter. So, hier hoch. Okay. Also, das ist jetzt mein Rekord. Ich glaube, schneller würde ich es gar nicht hinkriegen. Basti, Respekt. Respekt für diese Kontrolle von diesem Ballon. 30. Der war 11 Sekunden schnell. 11. 11. Wie, Basti? Wie? Gut. In dem Augenblick aber danke an den Freshie für die Bereitstellung des Levels. Denn ich konnte jetzt in dem Augenblick mal ein bisschen mit dem P-Balloon trainieren. Beziehungsweise der Basti konnte schon besser damit trainieren. Aber egal. Ja. Wieder ein kurzes Video. Aber nichtsdestotrotz. Trotzdem ein nettes Beispiel, was man machen kann. Bloß die Münzen. Wofür die jetzt waren? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Traut Rhein. Tschö, tschö. 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 Vielen Dank.